Wir alle erinnern uns an diesen einen Moment, der uns für immer verändert hat. Dieses Spiel ist voller Geschichten über Legenden und wie sie geboren wurden. Aber das ist nicht diese Geschichte. Schaust du mir wieder beim Schlafen zu? Junge, du bist besser als Kabelfernsehen. Gib mir meine Schuhe! Aber ich hab alles dafür gegeben, um mitmachen zu können. Und du verlierst ihn. Du kannst nicht mal das richtig machen. Na, was riecht's hier? Ist da jemand angepisst? Das ist die perfekte Gelegenheit für Dex, Onkel Du zu treffen. Der beste Streetball-Spieler, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Halt meine Nüsse. Deine Nüsse? Soll ich dir deinen ersten Fehler erklären oder den zweiten? Weißt du noch, wie steht's? Tu ihm das nicht an, Onkel Drew! Wir könnten Oldschool mit Newschool kombinieren, sowas wie Reaming. Das muss mein Team sein. Meine Jungs. Okay. Ist das ein Game Boy? Oder ein elektronisches Buch? Ich muss die Jungs holen. Drew stellt das Team wieder zusammen. Aufgepasst. Time out! Du musst abspielen. Du hast gesagt, diese Jungs können spielen. Und dieser Typ, er kann nur da... Warte, und jetzt meditiert er hier. Dieser Typ sieht nicht mal was. Wiss! Na, wie geht's deinem geriatrischen Team? Tragen wir auch alle ihre Notruf-Armbändchen? Es geht nur um die Liebe, Jungs. Ich hab für jeden von euch was dabei. Also spielen wir. So spielen wir was. Und früher wird es geschehen. Lass uns wieder gehen. Lass deinen Arsch hier drauf. Das ist dein Moment. Du kannst davor weglaufen. Oder du stehst auf und kannst. Ich mach meine Punkte. Time out! Time out! Wer sind sie? Ich möchte nur wissen, ob er überhaupt groß genug ist, um hier mitspielen zu dürfen. Nicht, dass sich wegen seiner Kleinheit andere verlässt. Sehr spiel. Du bist... Das ist mir sicherlich. Ich weiß nicht alles. Ich... Das ist mir geirlet.